Ja? Wer ist denn? Ritium bleibt! Hä? Warum sind wir denn jetzt da? Ja, weil wir mussten hier durch, um da erstmal hinzukommen. Ja, noch mehr Chris. Das Gebiet, ne? Und ich sag dir das jetzt schon. Ist so behindert, ne? Ja, wir können direkt hier bleiben mit Behinderten. Aber warum? Ja, hier sind noch mehr Chris. Hier ist auch ein Laden. Und alles. Hier ist wieder so ein Wiener Desport. Ne. Das ist ein 26er Quest. Und hier sind drei Stück. 26er, eine 27er, die zwölf Iridium gibt. Und eine so einen epischen Skin. Und ich will die auf jeden Fall machen, weil das gibt nämlich einzigartige Skins, die du nicht looten kannst. Du kriegst nur die Quest. Und da habe ich ein paar Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst die Schäfer auf den Gästen rückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich, jede Minute zählt. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie der Opfer Map was näher ist. Und das ist alles da oben. Wo ist das? Tu es oder tu es nicht. Ah, das ist das. Scheiße, ich kenne die Quest alle. Der soll aufhören zu labern und mich die Quest ändern, weil der liest dann immer alles vor, weißt du? Ja. Oder in der Zeit kannst du nicht die Quest ändern. Halt, ihr habt ein Maul. Ich werde dich dafür bezahlen, dass du dich umbrennst. Ich habe schon den perfekten Ort für dich. Das ist okay. Rufst du die I-Period Selbstmordpräventions-Hotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine schaftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwerf dich. Ja, das machen wir auch, so. Das ist schlecht, Alter. Ich bezahle dich dafür, dass du dich umbringst. Was bringt mir denn dann das Geld noch? Ja, der gibt uns ja was dafür. So, Affe. Wir müssen jetzt zu drei, vier, fünf Punkten hin. Und zwar läuft das auf Zeit, Ollen. Ja. Und ich würde sagen, wir fahren oben lang erstmal. Also ich weiß, ich habe das gemacht und der eine Punkt unten, da habe ich voll abgekrüppelt, bis ich den mal gefunden habe. Die Zeit geht los, sobald wir das erste aufgesammelt haben. Deswegen warte mal. Vielleicht macht das sogar Sinn, erstmal den einen zu holen. Und dann, ah ne, egal. Wenn wir oben die Schnelle holen, haben wir so viel Zeit. Ich glaube, ich töte erst mal die ganzen Gegner, die hier sind. Nee, schiss nicht. Doch. Ich bin gerade dabei. Wir brauchen gleich mal die für eine Quest oder so, du Affe. Ach so, ja wir müssen gleich hin. So, das sind die Dinger, das sind in so, in so Teilen drinne. So, da haben wir das erste. So, jetzt muss man schnell sein. Aber gut, verhältnismäßig schnell. Das geht, ne. So, das andere Ding ist da drüben. Aber du mal zu dem, du ich, zu dem nächsten. Jawoll. So, oh. So, wie komme ich denn da hin? Satz hier oben? Alter. Ich bin einfach nix finkend, ne. Bin ich ja immer im Kreis gefahren. Hä? Bin ich einfach mal voll derbe Schaden machen. Ätzender Goliath. Der andere ist hier drin, oder wie? Kommt ein Beutelschmurke Goliath. Boah, Alter! Oh, Heilige Mutter, Alter! Boah, Heilige Mutter, Alter! Boah, die Schaden machen! Ich sollte mal das Ding mal so langsam nehmen, ne? Das ist da oben, okay. Nehmen wir da hoch. Ja, war so klar. Ich hab jetzt gleich auch noch eins. So. So. Jetzt. Ja. Natürlich. Scheiß, wo ist mein Auto? Da hinten. Komm, go, go, go. Boah, wir haben eigentlich doch genug Zeit. Ich kann sagen, um AP voll zu machen. Und Moni. Boah, ich komme hier nicht weg. Vor allem, das ist, glaube ich, voll der Umweg, den ich hier gerade gehe. Ich bin hier gerade nämlich richtig am Arsch, weil hier so viele Gegner sind. Roboter? Ja. Ja, ich höre das. Ja, ich höre das. Oh, oh. Nein, 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 nein. Autsch. Nein. Scheiße, dein Auto darf nicht kaputt gehen. Komm. Mach doch mal die Tür auf jetzt hier. Was ist los? Scheiße, mein Auto ist kaputt. Das ist jetzt super scheiße, Alter. Oh. Oh. Oh nein, ich sterb. Ich sterb. Nein. Nein. Uns fehlt nur einer. Ja. Ja, das ist das Ding, wo ich zum Schluss hin wollte. Ich muss gerade mir ein neues Auto erstmal holen, sonst wäre ich schon auf dem Weg zu dir. Ich bin tot. Gut. Ich lasse verloren dadurch. Autsch. Ja, hier ist Guter. Ich bring dich da hin oder hin. 13.000. Oh, das geht ja noch einigermaßen. Oh nein, jetzt komme ich da nicht durch. Oh nein, endlich noch mehr von euch. Geht doch einfach hier. Warte doch einfach auf mich. Oh. Da muss ich aber hoch. Das ist doch da, oder nicht? Ah, nicht so wirklich. Boah, ich kann da nicht durch, verdammte Axt, Alter. Ich weiß nicht mehr, ob ich zu dir hinkomme. Oh, der Goliath, Alter, mein. Oh, ich kann doch jetzt nicht ernsthaft da durchlaufen, oder? Kann doch nicht deren Ernst sein. Ist der Kotliath. Ich muss da durch. Oh. Haha. Wie der den voll sprüht, der richtig gut. Du bist auch hier. Du weißt halt, wie wir das nicht machen müssen hier, ne? Ja. Oh, Kühlschrank. Ach. Komm, jetzt müssen wir hoch. Hier Rebium gefunden. Das ist auf Zeit erfüllt. Ich lauf'. Bin unterwegs. Oh, da hinten ist er das. Ach, Tren-T-K-Dingen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das Auto bringt ja nix, was meinst du, wenn ich gerade laufe? Boah, was ist das nächste Wende, Karls, brauche ich nämlich, jetzt brauche ich mal wieder einen, da. Boah, das wird knapp, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Die ganze Zeit sind so fette Staubpartikel in die Fresse. Boah, ist das weit weg. Und ich laufe. Und laufe, da ist ein Quist. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist der da oben auf dem Berg oder sowas? Ja, ich bin hier irgendwo. Oh. So, dann mal schnell dahin. Sieh nach Oma, warum ist denn das eine andere Quest? Hundenservice, auf zu Omas Haus. Ey Behinderten, na mal schnell. Da ist doch jetzt, oder? Auf der anderen Quest. Oh, wo geht das hier lang, ey? Behinderten, da war irgendwo so ein Tor. Kannst du dich erinnern? Da war so ein Tor, wo du durchfahren kannst. Weil sich öffnet, wenn du davor stehst. Da musst du hin. Ah, ich bin jetzt fast da. Warte mal, war das jetzt hier über die Brücke, oder was? Ja, das ist schon da unten. Hier unten ist das schon richtig. So, dann fährst du durch das Tor, dann fährst du links. Dann kommt noch ein Tor. Und da steigst du aus. Und da steigst du aus, gerade. Boah, bist du behindert. Spawn dich zu dem Dingen. Zu dem Auto von mir. Ja, ich bin viel zu weit weg. Ja, ich glaube, du musst ja gar nicht mehr kommen. Ich bin gleich fertig. Ich bin jetzt hier unten. Bei dem letzten Tor. Wo bin ich denn? Lol, Alter. Wir müssen wegen irgendwas auch noch hier hin. Boah, ändert mal Quest durch und guck mal, ob irgendwas hier ist, wo ich gerade bin. Warte, warte, Kunden-Service? Nee. Bring dich um. War das dat? Ja, ne? Nee, nee, dat ist dat nicht. Dat ist woanders. Ja, Blumen pflücken, ne? Ist dat mit der Oma. Boah, wir müssen schon wieder ein Cut machen. Ich muss eben kurz was machen. Ja, ja. Bis gleich. Tschüss. Oh, jetzt kommen mir Gegner aus. Ja, ich hab auch aus, aber... Ja. Musst du mal eben zur Toilette, tut mir leid. Wir wurden angegriffen. Irgendjemand meinte ja mal so, wir behindert, kannst du nicht mal vorher zur Toilette gehen? Ey, ihr wisst gar nicht, wie lange wir manchmal auch sind. Manchmal nehmen wir drei, vier Stunden auf. Da kann dat schon mal sein, dat man mal zur Toilette muss. Zwischendurch, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Ich mein, wir machen ja dann einen kurzen Stopp und machen da nichts weiter. Ich lasse wir für nächstes Mal einen Katheter reinmachen. Ja, das ist richtig gut. Das ist eine gute Idee. Wir haben übrigens diese Monster Mix Kacke jetzt fertig, ne? Hab ich hier gerade eben gemacht. Also hast du doch weiter gemacht. Ja, ich wurde ja gerade angegriffen. Ja, ich musste ja zur Toilette und Sepp war aber gerade in so einer Situation, wo die ganze Zeit Viecher von überall kamen und dann... kann man es schlecht ändern, aber... so ist das jetzt halt. Oh. Wo wir da Gegners angesprungen haben, ist mir jetzt egal. Er ist da ein bisschen Polen hier. Ohohoho. Ich glaube, das ist schon 230.000. Ohohohoho. Alter, ist das unnormal. Hä? warum habe ich auf einmal die waffe so war der nächste punkt ist 250.000 ich guck mal dass ich bis dahin vielleicht mal nicht unbedingt was ausgibt ich muss mal die blümchen einsammeln wie nach oma geile auch immer blümchen so für die oma nur gar nicht wo das ist ach genau da wo ich kann nicht rumlaufen auf anderen seite überall gegner wo ich gerade bin alles gut irgendwo ist noch eine quest übernehmen könnte ich mache voll auf hält der erklärt wurde lang laufen muss und lauft dann voll falsch alter was ist hier los eigentlich dazu gedacht hier runter fahren glaube ich jetzt hänge ich hier fest toll mitschel jetzt hänge ich hier fest wo ist denn die quest ja in die richtung wo ich gehe da kann ich unterwegs auch mal abgeben nicht Vielen Dank.